Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machst du denn da gerade? Na, ähm, den Beton vom Stein abklotzen Aha, anstrengend? Ja Es ist ja heute sehr kalt, würdest du dir was Schule machen? Ja Okay, das klingt ja nicht sehr optimistisch Ähm, hast du denn schon Vorstellungen von der Mauer? Naja, ja, ich finde die eigentlich ganz hübsch so Dann ist das in Ordnung, also hast du schon eine Art Motivation? Ja Gut, dann will ich dich jetzt nicht weiter stören und lass dich jetzt weiter arbeiten, okay? Ja 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 Vielen Dank.